Also das, ein Topf, gibt's doch das heute Abend. Aha, haben wir noch die Wirkbärchen? So was ecklich gibt's schon lange nicht mehr bei uns. Sag selber, willst du wirklich dieses eklische, aufgequohlene Wirkbärchen essen? Oder willst du lieber dieses leckere und schmackhafte Gold hier? Hier! Wow, die sehen ja lecker aus. Kann ich denn ein paar haben? Natürlich, aber danach gehst du Lassaufgaben machen. Hm, die schmecken ja lecker. Wir haben, aha, scheiße. Wir haben, wir haben, wir haben. Was wurde das? Scheiße. Das ist zu essen. Nein, so was gibt's schon lange nicht mehr. Sag selber. Das ist wirklich dieses eklige Scheiße. Das ist zu essen, ne? Was gibt's schon lange nicht mehr bei uns? Wie ihr sag selber, willst du dieses eklige, aufgequollene Wirkbärchen essen? Du hoch, alt Mensch! Wenn sie dann kackteln! Nein, ich hab da durchgespannt jetzt auch danach. Ja! So was ecklich gibt's für uns schon lange nicht mehr. Du Afe du! Was weißt du denn? Ich schau jetzt bei dir zu leisten vor! So was ecklich gibt's für uns schon lange nicht mehr. Du Afe du! Scheiße, jetzt muss nichts mehr. Vollidion! Du Afe du!